Mein Name ist Klaus Weihrauch, ich bin 54 Jahre alt und ich bin seit 40 Jahren bei der Feuerwehr Rauenheim und immer noch mit Spaß dabei. Also bei der Feuerwehr so generell finde ich gut, dass wir ein Team sind, alle zusammenhalten und dass wir viele wichtige Sachen erzählt bekommen und dass man auch viel lernt für das weitere Leben. Wir lernen, wie man Schläuche aufbaut, was man mit Feuer am besten nicht macht, dass man nicht mit Feuer spielen darf und das gefällt mir. Die Feuerwehr ist immer für eine Überraschung gut, es wird nie langweilig und wandelt sich auch immer im Laufe der Zeit, passt sich an, das ist sehr interessant. Also man macht recht viel, zum Beispiel Geräte, Kunde, Löschangriff, zum Beispiel auch Verkehrsabsicherung und solche Sachen. Mich motiviert, dass ich gerne Leuten helfen möchte, wie mein Papa. Mein Papa ist noch aktiver Feuerwehrmann hier und mein Opa ist in der Alters- und Ehrenabteilung. Mich motiviert die Kameradschaft und das Netzwerk, das sich die Feuerwehr bildet. Eigentlich sind alle Sachen schön, die man hier macht, weil es im Team gemacht wird und auch die Ausflüge, die wir machen, sind auch immer super. Es gibt Bereiche in der Feuerwehr, wo jeder sich frei entfalten kann, ob das nun in der Funktechnik ist oder in der Gerätewartung. Einfach mal reinstuppern und sich das Ganze ansehen und zusehen, wo man sein Plätzchen finden, seine Nische finden kann. Es gibt Bereiche in der Feuerwehr, wo man sein Plätzchen finden, seine Nische finden kann.